Guten Tag und herzlich willkommen. Unser Arbeitsalltag ist häufig geprägt von einseitigen Belastungen oder Fehlhaltungen, die am Arbeitsplatz eingenommen werden. Kurze Bewegungsübungen dienen zum Ausgleich zu diesen einseitigen Belastungen und auch zur Stärkung der persönlichen Ressourcen. Im Folgenden stelle ich dir ein paar Übungen vor, kurze Bewegungsübungen, die gut geeignet sind, dass sie am Arbeitsplatz durchgeführt werden. Es sind Übungen zur Aktivierung, Kräftigung, Mobilisierung, aber auch zur Entspannung. Nimm dir Zeit für dich, für deine Gesundheit und für die Stärkung deiner persönlichen Ressourcen. Viel Spaß!